ja mein freund herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute mal ein bisschen was anderes und ich würde sagen wir schnacken auch nicht lange rum wir gehen auch eigentlich direkt rein und zwar hat die liebe katar rosa mit ihrer schwester franzi gestern oder heute nacht letzten nacht da ist die druck geladen und zwar ich will eben jetzt auf der pulli und ich habe einen link von ihrem shop auch reinkommen in die infobox und ich würde sagen gehen direkt rein und quatschen ich spreche das mal ganz kurz ab ich muss sagen das lied habe ich schon gehört über spotify auch unten in der infobox links zu dem video auch das video habe ich noch nicht gesehen ich bin selber sehr gespannt ich werde die facecam machen nein das war falsch wo ist er denn? ist er weg? ich finde ihn nicht mehr, ach da, verb 1 dann wollen wir uns das ganze später mal anschauen zum ersten mal so eine angst erfahren und mein herz noch nie so laut schlagen hören letzte woche war noch alles wie so als wäre nie so etwas gewesen hab gedacht wir wären unendlich doch das sind wir nicht und mir wird mal wieder klar ich will leben wir kommen jeden tag dem zu entgegen das ist leider wahr doch ich kämpfe gegen jahr für jahr will mich nicht so leicht weh arscher auch danke dafür ähm also ganz kurz es sind halt zwillinge beide und äh letztes jahr wenn ich das richtig mitbekommen hab hat ihre zwillingsschwester also jetzt aktuell hinke ähm ein hirntumor fest da wurde ein hirntumor festgestellt was natürlich für beide ziemlich schlimm war für die schwester schlimmer als für die vater in dem sinne ähm also deshalb das lied es gibt auch noch ein anderes lied dazu weiß nicht ob ich das jetzt hier mit in das video oder in extra video aber ähm da ging es dann halt achtung kurze trigger warnung Kinder Kindesmissbrauch beziehungsweise sexuellen Missbrauch ähm und durch ihren Stiefvater ähm also sagen wir mal so ist schon dickes ding im großen ganzen aber ich würde sagen einfach erstmal weiter ich will vergeben ich will leben ich bin mir endlich meiner selbstbewusst und viel wert weil alle unsere Stunden sind Schluss mit Negativität und Frust ich erweck in mir das große Kind egal was es ist ich geh da raus und steh mit geschwillter Brust und fang an zu leben meine Tod tut mich noch lange nicht denn das will ich nicht und mir ist endlich klar ich will leben wir kommen jeden Tag dem Tod entgegen das ist leider wahr doch ich kämpf dagegen Jahr für Jahr will mich nicht so leicht ergeben kein Tag der Welt ist ewig und kein Wort was hält so wenig ich muss einfach sagen ähm also mal ganz abgesehen von dem Text weil ich finde den Text mega schön ich meine ich ich habe gar keinen Plan von Musik ich liebe Musik ich höre Musik ich bin nicht ich führe Musik aber ich habe halt an sich gar keinen Plan von Musik aber ich muss sagen ja toll ähm und das Video ist halt schon kommt einfach ein bisschen näher sagen das so Jeden Morgen steh ich auf und seh in der Dunkelheit einen Grund zu leben denn da war Schattnis da ist auch Licht und so seh ich mich da ist klar denn ich will leben wir kommen jeden Tag dem Tod entgegen das ist leider wahr doch ich kämpf dagegen Jahr für Jahr will mich nicht so leicht ergeben oh 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 ich will leben oh und ich kämpfe gern in Tränen oh oh mir mich nicht so leicht ergeben oh ich will leben ich gehe mal einfach in die andere Szene kurz also ja wie gesagt in dem Text einfach mega schön ich finde beide die sind einfach ja schon vor einmal also ähm wenn ich mal so betrachte was die einfach im Verhältnis haben ich weiß nicht ob das vielleicht durch die Situation einfach nochmal stärker ist was halt verständlich wäre logischerweise ähm überhaupt die davor halt auch schon ein krasses enges Verhältnis hatten ähm aber ich finde es halt krass und ich sag es jetzt auch nochmal hier ich hab TikTok und das äh unter dem einen Video geschrieben gehabt die beiden müssen einfach jede verkackte Minute genießen beziehungsweise alle die ein Christ der Familie haben genießt einfach jede verkackte Minute zusammen und auch wenn ihr euch mal streitet ist das so nach einer Stunde zwei Stunden 24 Stunden keine Ahnung ist das wieder vom Tisch und ich denke mal dass dann spätestens das auch geklärt sein sollte und geht niemals im Streit auseinander ähm kann schneller kommen als ihr denkt also muss nur ein scheiß Busfahrer ein bisschen unachtsam sein euch voll weg knieten oder irgendjemanden mit dem ihr euch vorher geschritten habt einfach voll umnieten oder so und seid ihr im Streit auseinander gegangen ich glaube würdest hier jeden Tag fucking Vorwürfe machen warum hab ich das ne warum hab ich jetzt wegen dieser Lapai diesen Streit angefangen oder so ähm also hießt einfach jede verkackte Minute so vor allem ich weiß jetzt nicht ob ich das ja auch so schnelle finde ähm so so alleine alleine in dieser Szene ich mach mal ganz kurz auf die Kamera und mach mich mal ganz kurz weg alleine hier sieht man halt so die beiden fühlen dieses Lied so so kommt es auf jeden Fall für mich rüber so es ist nicht so ja ich knall das jetzt hier einfach mal auf den Tisch so weil ich hab Bock auf ein scheiß Video oder so nein ich hab das Gefühl die fühlen das wirklich wie gesagt geht einfach immer versucht immer im guten Auseinander zu gehen so rum ähm beziehungsweise auch vielleicht nicht wegen jeder Speise zu streiten weil dir jetzt jemand die scheiß Cola weggesaufen hat oder so einfach einen guten Auseinander gehen nicht streiten wenn ihr euch gestritten habt einfach versuchen das zu klären lösen und ja ich würde sagen mit den Worten ähm verabschiede ich mich ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und ja wie gesagt schaut mal meine lieben Kader Rosa vorbei auf TikTok Instagram und schaut euch auch gerne die beiden Videos an ähm ich werde YouTube TikTok und Instagram einmal unten in der Infobox verlinken ähm genauso wie halt den Ding zum Video und zum Shop von denen also ich muss sagen ich hab der Pulli ist jetzt heute angekommen ähm ich finde den mega bequem also der ist nicht so schlecht ähm genau auf jeden Fall haut da rein bis zum nächsten Mal tschau tschau tschau